ja hallo zusammen und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute ist der 5 januar und daher wünsche ich euch als allererstes erstmal allen den ich es noch nicht gewünscht habe ein frohes neues glückliches und gesundes jahr 2017 alles gute für euch und eure familien und natürlich auch alles gute für die kommende gartensaison ja ich habe kurzfristig überlegt mir heute die kamera zu schnappen warum weil die letzten tage alle so nass kalt waren du store gewölkt mal ein bisschen schnee morgens habe ich gedacht jetzt gehst du mal raus aber dann war schon wieder wolken wind sturm regen und heute naja ihr seht es hinter mir die sonne scheint gerade ich weiß nicht wie lange es bleiben wird es ist zwar saukalt ich glaube so drei vier grad minus ich werde doch gleich mal kurz rausgehen denn das heutige video wollte ich dazu nutzen dass wir die physalis mal eben gemeinsam abklappern teil 1 und teil 2 wenn ich gesehen hat verlinke ich euch unten und es sind jetzt glaube ich ungefähr vier wochen vergangen seitdem wir das letzte mal an den physalis tanzen vorbeigegangen sind und deswegen fange ich heute mal hier oben am dachboden an im hintergrund seht ihr ja schon meine pflanze die hier oben ja in der sonne steht die gieße ich jetzt mal eben und ja begutachten wir sie mal dann gucken wir uns die im keller an dann die beiden die draußen geblieben sind und die im gewächshaus und ja ich mache mal ein bisschen wasser dran und schauen wir die pflanzen mal an also erde ist trocken kein wunder drei wochen habe ich nicht gegossen ich habe keine ahnung ob das für die pflanze gut ist oder nicht wie gesagt ist ja auch nur ein versuch aber ich weiß nicht ob ich erinnern könnte bei dem letzten video da haben wir so eine ich wollte ich mal hier rüber da haben wir so eine kleine pflanze da drin gesehen was ich nicht wusste was es ist ich zeige sie euch mal ich versuche mal ob das das scharf geht so da haben wir eine könnt ihr das erkennen die ist gewachsen und da hinten ist auf jeden fall würde ich sagen irgendein unkraut gewachsen ja also wasser scheint genug in dem topf drin zu sein vielleicht reicht es auch für das wurzelwerk der fiese hallespflanze ja wo wir gerade hier oben sind können wir eigentlich den blick nutzen und ich zeige euch mal den garten hier oben aus dem fenster ich mache mal eben kurz ein bisschen platz damit wir das fenster aufbekommen so ich glaube von hier oben haben wir auch noch nie einen blick gehabt vielleicht mal in einem video also ich versuche ich das mal so ein bisschen zu zeigen also hier links auf der linken seite seht ihr meine spalierobst bäume natürlich kahl zu dieser jahreszeit dahinter die kartoffeltonnen in der zweiten ist noch ein bisschen palmkohl drin dann seht ihr dahinter meine regenfässer da habe ich ja mal ein video darüber gemacht wie wir das regenwasser hier bei uns im garten nutzen das verlinke ich euch auch mal unten ja und hinter den regenfässern kommen dann die beiden hochbeete da ist zurzeit nichts mehr drin ein bisschen palmkohl seht ihr noch da ja im hinteren seht ihr ein paar salatblätter und sowas die schmeiße ich immer wieder mal einfach so rein wenn die regenwürmer holen sich das oder die vögel gehen da auch immer wieder mal hin und ja das können sie sich da holen dann kommen die bärenbeete das auch alles kahl dann seht ihr das gewächshaus weiß überfroren ja dann kommen da hinten rechts ja die kompashaufen ecke und vor den kompashaufen seht ihr den umgedrehten eimer da haben wir die andere physales pflanze darunter da gehen wir gleich hin ja ein bisschen weiter nach rechts jetzt blendet es leider in der sonne das heißt leider ich bin froh dass sie da ist da ist so ein bisschen die sitzecke picknickbank und dann kommen ja da rechts um die ecke die wasserteiche so ich schwenke jetzt noch mal nach links zur mitte des gartens da haben wir einmal das kräuterbeet dann das große insektenhotel auch dazu gibt es ein video das war übrigens das erste video was ich auf youtube hochgeladen habe im februar 2016 und dann haben wir hier unten so ein kleines abdach das will ich auch irgendwann mal erneuern ich will es schon seit jahren erneuern aber irgendwie bin ich noch nicht zugekommen unter dem abdach kann man sich im sommer schön aufhalten dann habe ich da links daneben so ein bisschen so einen kleinen pflanztisch ja wenn ich jetzt mal noch weiter nach unten schwenke dann seht ihr die gartenecke von meinem papa die hochbeete mal von oben das ist so die gesamte ecke das ist so ja wie so ein kleiner kriegsgaben aufgebaut da kann man so durch schlendern und sehr sind viele erdbeeren drin oder auch guten pflanzen werden da angepflanzt und kiwi pflanzen stehen da unten mit bei also wenn das richtig alles grün ist ist das eine richtig schöne ecke da unten ja und ich drehe euch jetzt mal wieder um ich hoffe man sieht mich noch ganz gut ja das war so unser garten jetzt von hier oben also eigentlich wollten wir die visualis abklappern aber wir könnten das ganze ja auch als kleinen garten rundgang mit nutzen da im januar ja nicht mehr so viel zu sehen ist machen wir das einfach mal so und ich nehme euch jetzt mal mit nach vorne in den vorgarten die gucken wir uns auch mal von oben an bis gleich ja das ist der blick aus meinem dachfenster richtung vorgarten schöne weite aussicht und man kann aber gut gucken welches wetter kommt weil es kommt nämlich meistens von dieser ecke da hinten schwenke ich mal nach unten ja da seht ihr unseren vorgarten und typischer vorgarten wie man den halt so hat bisschen rasen als pflegeleichte fläche hecke kann man immer schnell schneiden und drei obstbäume in der mitte der schon etwas ältere apfelbaum 14 jahre ist der jungen alt dann da rechts der kleine baum ist der kirschbaum der ist jetzt endlich gut angegangen der hatte letztes jahr extrem lausbefall und dies ja auch wieder aber nicht ganz so stark ich denke jetzt hat das gepackt und jetzt wächst er langsam mal und da links seht ihr noch ein flauenbaum der von hier oben kann man es jetzt glaube ich nicht so gut sehen aber hat sich auch gut verzweigt und ich denke der ist auch sehr gut angewachsen ja was sehen wir noch hier oben das ist mir letztens aufgefallen wir sehen sehr breite hecken und ich habe mir schon ein paar mal jetzt gedanken gemacht aber ich bin mir nicht sicher ob ich das tun soll die hecken sind natürlich pflegeleicht schnell geschnitten aber wenn man sich überlegt wie viel quadratmeter nutzfläche das ergeben würde wenn ich diese hecken weg machen würde also hier vorne die buchenhecke zum beispiel die ist gute meter meter zehn breit und auch gute acht meter lang das sind mal eben acht bis neun quadratmeter nutzfläche wo ich vielleicht was reinpacken könnte wie zum beispiel physales pflanzen oder sowas oder vielleicht kartoffeln ich weiß nicht kartoffeln im vorgarten weiß nicht was die nachbarschaft dazu sagen würde ja und vorne seht ihr eine hecke die ist auch von oben sieht sie schlank aus aber die ist ein meter 15 breit und naja so knappe 15 meter lang das ist auch noch mal was haben wir da 20 quadrat wenn man sich das überlegt was man da noch alles anpflanzen könnte auch habe ich schon überlegt meine kartoffeltonnen vorne in den vorgarten zu stellen wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht optisch oder was meint ihr dazu was wären eure gedanken wenn ihr so im vorgarten hättet ich würde mich über ein paar kommentare von euch freuen ja so dann schwenke ich mal wieder hoch kurz noch die schöne aussicht genießen kein bürkchen am himmel herrlich und so klare luft heute ja genug geträumt ich schalte euch jetzt ab und wir sehen uns gleich im garten wieder so da bin ich wieder ich habe mir eben was warmes angezogen es ist nämlich saukalt draußen drei grad minus haben wir jetzt und das fühlt sich aber an wie 6 7 grad minus also richtig trockene kälte und wir sind hier im gewächshaus und ich zeige euch mal die physalis lanze die hier im gewächshaus steht im gewächshaus ist es jetzt zurzeit moment ich schaue mal eben zum thermometer auch drei grad minus also da tut sich nichts trotz 16 millimeter doppelsteg platten natürlich keine heizung und sowas an also hier drin ist die erde feucht das liegt wahrscheinlich an dem wetter so dann haben wir hier auch feucht also fühlt sich feucht an aber ganz ehrlich das ding sieht irgendwie tot aus ich weiß es nicht ich bin echt gespannt wächst da auch was nein da wächst nichts ich bin gespannt was mit passiert vielleicht kommen da einfach neue triebe raus oder sowas ich lass mich überraschen so ich nehme euch mit wir gehen nach draußen dann direkt vor dem gewächshaus ist ja die fläche wo die physalis drin waren ja da sind die anderen beiden pflanzen die erste hier vorne steht ja ohne jeglichen schutz hier also die fühlt sich etwas trockener an als die die im gewächshaus steht der boden ist hart überfroren raureif und ganz kleines bisschen schnee von heute morgen ja und hier unter dem eimer da schauen wir auch mal eben drunter das laub ist schön trocken ich gucke mal ob ich da ein bisschen was frei machen kann naja da ist unsere physalis pflanze wir können da jetzt nichts sehen sie fühlt sich knochentrocken an also wirklich wie so ein stück trockenes holz wenn ich da rein packe naja also ich muss sagen meine hand ist sehr kalt aber hier drin fühlt sie sich an wie im handschuh das könnte was bringen wir sollen die nächsten tage noch einige höhere minus gerade bekommen wir haben wie gesagt jetzt so ungefähr drei vier grad minus und die nächsten tage sollen so sieben acht grad minus werden und ich bin mal gespannt also was hier mit diesen pflanzen passieren wird ich lass mich überraschen zusätzlich haben wir jetzt januar das ist die zeit wo ich dann auch schon das saatgut für die neuen physalis pflanzen aussehen werde alleine schon aus sicherheit weil ich nicht weiß was mit den fünf passieren wird und weil ich vorne im vorgarten wahrscheinlich doch irgendwo noch eine kleine ecke machen werde wo ich mir auch noch physalis hinstelle ja das war es dann erstmal für heute mit diesem video mit eigentlich teil drei wie geht es den physalis pflanzen und den zusätzlichen kleinen garten rundgang januar nenne ich es mal und viel verpasst habt ihr ja nicht im garten erntezeit war bei mir nicht mehr und ich sage ciao und bis zum nächsten video schönen dank fürs einschalten macht's gut menschen kinder da bin ich noch mal ich habe doch glatt vergessen im keller steht da auch noch eine physalis pflanze ja die habe ich total verdattelt weil die nämlich so weit in der ecke geschoben wurde ich habe den keller nämlich renoviert ich bin gerade die räume ein nach dem anderen am renovieren und die sollte ja ganz dunkel stehen deswegen hatte ich die nämlich umgesetzt in noch einen kleineren raum das ist ein kleines ja gäste wc kann man das nennen da ist es stockduster sehr kühl und ja da hatte ich die reingestellt und ganz vergessen ich habe sie jetzt mal rausgeholt weil sonst würden wir sie gar nicht sehen im dunkeln und ich zeige sie euch mal hier unten also da steht sie ich habe sie auch gerade schon gegossen mit klein wenig wasser nicht viel vielleicht so 300 milliliter er ist dadurch jetzt ein bisschen feucht die erde war grundsätzlich sehr trocken ja die fühlt sich genauso an wie die anderen auch also relativ trocken also mehr so wie die die wie im laub ist nichts drin gewachsen kann ja auch nicht stockduster der raum auch da ich lasse mich überraschen mal sehen was passiert und wir werden sehen nun aber endgültig tschau macht's gut schönen tag euch noch